Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was war das für ein Torreder? Clip das mal bitte hier man! Oh mein Gott! Was zumisum, was geht ab? Kann mein Rullet vielleicht mal auf... Habt ihr das grad gesehen? Mein Rullet lag einfach regungslos am Boden. Och waran, alter! Und jetzt Elfer! ALTER! Ja moin Digga, wie krank war denn das grad EA? Ja moin, alter! Ja moin, alter! Ja moin, alter! Ja moin, alter! Tschuuuush! Dieses Game, alter! Und jetzt noch irgendwie... Er schießt irgendwie nach links! Ich geh nach links! Auf Ansage Digga! Gott, das ist ja wieder FIFA Deutschland sein Vater, alter! Mann! 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 bei solchen toren schwitzen muss wenn du bei solchen toren schwitzen muss weißt du einfach das ist nicht deine woche ist nicht deine woche macht er eine milchschnitte kauft einen kopf der kinder pinguin ja bitte carlos ich bin was ich spende streamer und hey du digger irgendwas was ist da passiert kippt es mal für euch bitte bitte kippt es alter so einfach okay komm frankreich stürmer elite ernst bruder real swag was geht schade komm mal da wenn ich diesen medicine sinne krieg ich so einen anfall keine ahnung hast du gesagt oh guter deal achtung ehrenmove den kopf gepackt und was ich weiß mich doch und dann gibt es im roth und er schießt dann aus dem sitzen oder war ich habe das zehn sekunden für per dass ich den jetzt weg flex was das denn nein lol 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 was ist das denn oh mein gott oh mein gott ich bin dabei sieht naja das glaube ich nicht das gibt es nicht das ist so lächerlich dieses spiel ist so lächerlich zu krass ich sage ich drücke jetzt ein tor von kräuf mit ansage ein seilverzieher mit ansage wie sagt sie mit ansage dinge durch die weine von holt und wieder durch holt und wieder durch holt 3 3 holt fehlen in zwei sekunden das wird ein gegentor pass auf das wird ein gegentor sowas ist immer gegentor wenn du gar nichts dagegen machen kannst guck ich 4 4 holt fehler ich kann gar nichts mehr machen gerade keine steuerung was habe ich gesagt nein was habe ich gesagt was habe ich gesagt was habe ich gesagt vier holt fehler vier stück da hast du sofort gesagt ihr lässt mich nicht was habe ich gesagt haut rein boys das könnte sein den freistoß hat er optimal erwischt da hat er keine chance oh mein gott oh mein gott digga bitte klipp das no hand bitte klipp das ach du scheiße fandüschk alter fandüschk bitte digga dieses tor ist einfach nur jog verkauft weil ich auch noch nichts verkauft danke wer was das denn eiken hä? messi 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 oh mein gott 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 Oh my gosh!